Kabelmeister-Anschlusskabel von Lightning auf USB 2.0 für das iPhone 5 in der Länge 2 Meter, so die offizielle Bezeichnung von diesem Kabel. Und das gibt es für ungefähr 8 Euro auf Amazon zu kaufen. Ist nicht das billigste Kabel, aber es ist wirklich qualitativ sehr, sehr interessant. Ja, wenn ihr das Kabel kaufen wollt und diesen YouTube-Kanal unterstützen möchtet, dann klickt einfach auf den Link unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr diesen Kanal. Ja, wieder zu dem Kabel. Und zwar muss man sagen, von der Verarbeitung her ist es ein wenig zweigeteilt. Der USB-Stecker und dieser Knickschutz an diesem Kabel, also der Knickschutz ist das zwischen Kabel und Stecker, ist nicht ganz hochwertig. Ganz anders hingegen sieht es mit dem direkten Adapter aus, also dem Lightning-Stecker. Der Knickschutz ist wirklich hochwertig verarbeitet und der Stecker als solches sieht so aus wie der, und hat auch die gleichen Abmaße, wie der Original-Stecker von Apple. Und ja, der Langzeittest wird es zeigen, aber ich denke mal, dass das Ende relativ gut halten wird. Ja, und ich persönlich nutze das Kabel eigentlich für das tägliche Lernen meines iPhones und das geschieht am Bett. Und ich fummle oft noch abends vor dem Schlafengehen mit meinem iPhone rum. Ich weiß jetzt nicht, was ihr gerade gedacht habt. Und naja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr praktisch, nicht ständig so nah an der Steckdose mit dem iPhone rum zu hantieren, sondern man hat einfach mehr Platz, mehr Reichweite mit dem iPhone irgendwo sich hin zu platzieren in unserem riesigen Bett. Und ja, das ist dann doch schon sehr, sehr angenehm. Also ich kann dieses Kabel und besonders allgemein längere Kabel nur jedem empfehlen. Ja, und wenn das auch für euch interessant ist, dann kauft das bitte einfach. Ja, wenn ihr dieses Video gut fandet und mehr davon sehen wollt, dann unterstützt diesen Kanal, indem ihr dieses Video kommentiert, indem ihr auf Daumen nach oben drückt und am besten noch das Kabel über den genannten Link bestellt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao!